Ganz grob geht es um einen jungen Mann, der ein Jesus-Freak ist und der zu einer Familie in den Kleingartenvereinen zieht und merkt, dass da in dieser Familie was nicht in Ordnung ist und glaubt, dass es seine göttliche Prüfung ist, in dieser Familie dafür zu sorgen, dass sich wieder eine gute Situation herstellt. Aber das Ganze ist eine Tragödie, die auf wahren Begebenheiten beruht und eigentlich eine Geschichte, die in Deutschland passiert ist und die wir versucht haben, auf eine poetische Weise wieder aufzuarbeiten. Meine Produzentin Verena Grefe-Hülf von Jünafilm, die konnte ich sofort überzeugen, weil die gesagt hat, das ist ein Film, der gemacht werden muss. Aber dann war es ein bisschen schwieriger. Die Filmförderung in Hamburg, die hatte uns noch Drehbuchgeld gegeben und das war super, damit ich erst mal schreiben konnte. Aber als es dann an die Fernsehsender ging, ohne die man eigentlich in Deutschland kaum noch Kino machen kann, war dann die Euphorie ein bisschen verhaltener. Und die Leute haben gesagt, wer will sich sowas überhaupt angucken, das ist ja schrecklich. Ich habe so Sachen gehört wie, das Drehbuch ist ein Brett. Und wir haben aber daran geglaubt, dass diese Geschichte was Besonderes ist, weil uns hat sie ja sehr berührt. Und Matthias Glasner, der auch Regisseur ist, der ist mein dramaturgischer Berater gewesen bei dem Projekt und der hat immer gesagt, Kathrin, die Geschichte ist super, weiter kämpfen, weiter kämpfen. Und das haben wir dann auch gemacht und irgendwann kamen dann die Leute auch zu uns und dann haben wir das kleine Fernsehspiel überzeugt und das war super, weil die machen auch mutige Sachen in Deutschland. Die ersten Seiten von einem Drehbuch, weil das waren so diese Jesus-Freaks-Szenen, wo die so beten oder so ihre Sessions oder wie nennen die das, Sit-ins? Äh, Abhängabende. Abhängabende. Ich dachte, das ist ein Witz, also was soll das und so und dann hat sich der Effekt aber schon bei mir eingestellt, so dass sich die Schlinge zuzieht und dass das ein starker, kräftiger, böser, schlimmer, schöner Film werden kann und im Grunde als Schauspieler versuchst du ja eigentlich immer alles mitzunehmen. So, auf der einen Seite musst du die Miete zahlen und auf der anderen Seite wirst du Filme machen, die, wo du dir versprichst, was du im Voraus nie weißt, dass sie ein starkes Stück werden. Und das hat mich natürlich gereizt. Soll ich mal von unserem ersten Casting erzählen? Ja. Ich bin ja berühmt und bekannt dafür, dass ich mich immer ausgesprochen stark für die Castings vorbereite und ich bin da zu Simone Bär in das Castingbüro gekommen mit meiner Werkzeugkiste, wo ich meine ganzen Werkzeuge drin habe. Und so einer ist der Benno. Der Benno ist so, das ist ein starker Typ, der mit allen ein bisschen und alles ein bisschen kann. Ich finde ihn eher, dass er ein Resultat ist. Dass er ein Resultat ist von was in der Kindheit passiert ist und was sein Gegenüber bei ihm auslöst. Und dieses tausendwangige Monster Tore, der immer noch eine hinhält und noch eine hinhält, der treibt ihn halt zur grässlichen Höchstleistung an, dass er dann einem Mord endet. Was mich an Sascha sofort überrascht hat, war die Art, wie er aufgetreten ist. Er hat schon ziemlich genau diese Figur gleich verkörpert und er hatte auch so ein ganz besonderes Charisma. Und das ist mir auch gleich aufgefallen bei allen anwesenden Frauen im Raum. Dass da was passiert ist und auch mit den Schauspielerinnen, mit denen er gespielt hatte. Und dass genau dieses Charisma oder diese Verführerkunst, die habe ich mir für Benno gewünscht. Jemand, der ein Vater sein könnte für den Protagonisten Tore. Jemand, der der beste Freund sein könnte, aber nicht jemand, der einem das Gefühl gibt oder diesem Jungen das Gefühl geben würde, dass er eine Gefahr für ihn darstellt. Und deswegen hat auch alles Böse, was am Anfang passiert, immer noch dieses Lächeln auf den Lippen. Und das hat Sascha einfach super drauf gehabt. Und das ist ja das Tolle, wenn man als Filmemacher nicht nur sagt, dass jetzt einmal was passiert und das ist eine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt mal, sondern wenn man versucht, da eine Wahrheit hinterzufinden oder Fragen zu stellen, die auch nicht nur uns in Deutschland betreffen, sondern eigentlich überall die Menschen auf der Welt betreffen. Weswegen ich auch glaube, dass der Film überall in der Welt jetzt gezeigt wird auf Festivals, weil die Menschen spüren, dass da natürlich was Größeres hinter steht. Und dass eben, wir haben dann, also die wahre Begebenheit ist natürlich erstmal, was man in Deutschland sagen würde, ein Sozialdrama. Aber aus Tore ist ein moderner Märtyrer geworden, ein Mensch, der glauben will, ein Mensch, der sehr positiv ist und der auf Menschen trifft, die genau das Gegenteil verkörpern. Und das sind so Pole, die wir alle kennen und für die wir uns interessieren und die ja auch jede Gesellschaft prägen. Und ja, das war eigentlich das, was ich toll fand an der Geschichte, dass man daraus eine große Geschichte machen kann. In der Presse wurden die Familienmitglieder zum Beispiel auch als Monster beschrieben und ich finde, das kann man so einfach nicht sagen. Und eben diese Geschichte, die ist näher an uns dran, als wir das vielleicht erstmal zulassen wollen. Und dann nach und nach, und das ging eigentlich bis zur Arbeit mit den Schauspielern, dass die Figuren halt immer weiterentwickelt wurden und dass gleichzeitig aber auch die Geschichte sich immer mehr vom Sozialdrama entfernt hat. Und irgendwann wichtig war, dass man eben überhaupt nicht mehr, was in deutschen Krimi oft passiert, dass man dann irgendwann ganz am Ende nochmal erklärt, warum man das alles gemacht hat. Dass es oft nicht so einfach ist und dass wir deswegen die ganzen Background-Stories irgendwann vergessen haben und dass wir nichts mehr erklärt haben und dass wir einfach gezeigt haben, wenn diese Menschen aufeinander prallen unter diesen Umständen und diese Geschichte dazu erzählen, dann hat das diese Dynamik. Fünf Jahre Leben ist ja ein Diplom-Film. Der hat keinen Einser für den Film bekommen, weil er nicht fertig geschnitten war zum Abgabetermin. Das muss man sich mal vorstellen in Ludwigsburg. Und die Begebenheiten bei Fünf Jahre Leben, die waren natürlich alles andere als ein Diplom-Film. Wir haben in Babelsberg gedreht nebendran, haben die Cloud Atlas gemacht. Und wir haben 42 Drehtage gehabt. Und ich musste ja so viel abnehmen für den Film. Da hatten wir eine Pause gemacht von 15 Tagen. Da sind in Babelsberg in diesem Studio die Kulissen stehen geblieben. Die Halle war nicht brauchbar. Da ist nichts passiert 15 Tage. Nur damit ich zu Hause sitze und Kilos verliere. Wir haben viel Zeit verbracht mit Flieger. Flieger abwarten. Ja, das war schrecklich. Weil irgendwie die Hamburger zu spät diese neue Landebahn fertig gekriegt haben, hat es da alle vier Minuten und dann immer Flieger. Und du hast gerade einen an der Gurgel und musst warten, bis der Flieger über dir weg ist. Aber das hat mir gut getan. Das hat mir gut getan, dass das so in einem ganz anderen Kleid war. Weil im Grunde war es eben doch dasselbe. Nämlich, dass so viele Leute zusammenkommen bei einem Film und alle möglichst alles geben und zusammen diesen Film machen. Mir passiert es immer wieder, auch wenn ich andere Sachen mache, ist es immer so, dass ich Bilder habe. Da passiert das in der Szene, passiert das in der, das in der, das in der, das. Und ich denke mir, uh, das wird eine harte Szene. Sagen wir mal jetzt bei Tore tanzt, war das so mit diesem Übergriff an der Stieftochter. Im Badezimmer, wo ich die so angehe. Und das ist natürlich so, da hat man Angst davor. Oder bei 5 Jahre Leben gab es auch so Szenen, wo man immer gesagt hat, oh man, jetzt ist hier der Drehplan, am 28. drehen wir dieses Bild. Ich habe Angst, ich weiß nicht wie und mir graut davor um andere Szenen. So, ah ja, gut, da muss ich um die Ecke und so ein bisschen böse gucken. Ah ja, kein Problem. Am 4 sind wir raus und so. Und das ist oft andersrum. Also, dass einem dann die ganz schweren Sachen, die Dinge, wo man große Angst hat vor, dass die ganz schnell passieren. Zack, zack. Und man hat das Gegenüber. Es passiert ganz schnell, kriegt es fast gar nicht mit. Und die leichten Dinger, da hängt man ein. Und da kriegt man Probleme. Und da muss man nochmal und da verkantet sich das und wird immer schwieriger und so. Bei Tore war das so, ich habe von dieser wahren Begebenheit erfahren und die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe gleich eine eigene Vision dazu recht schnell entwickeln können. Und hatte immer so das Gefühl, es ist vielleicht noch ein bisschen schwammig, aber ich kann darauf zuarbeiten. Ich kann immer mehr wegschneiden, was unwichtig ist. Immer mehr dazu fügen, was ich denke, was der Geschichte hilft und so weiter. Und ich denke immer, das ist eigentlich die größte Herausforderung als Regisseur, eine Vision zu haben von Dingen. Und nicht einfach nur eine Geschichte zu verfilmen, sondern was zu finden, was man ausdrücken möchte und was so viel wert ist, dass man da jahrelang mit zubringen möchte und auch ein ganzes Team infizieren kann. Und immer dann auch weiß, was die richtige Entscheidung ist logischerweise. Weil wenn man eine Vision hat, kann man auch sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung als Regisseur, dass man diese Stimme findet und dass man ihr dann treu bleibt, egal was kommt an Unwidrigkeiten, also ob das Gelder oder Wetter oder Flugzeuge sind oder Schauspieler. Ja. Das Lustige ist, dass einige Menschen, zumindest in Deutschland weiß ich, nicht wissen, was ein Regisseur macht und mich manchmal fragen, ja, Kathrin, ich weiß, was ein Schauspieler macht, ich weiß, was ein Kameramann macht, aber was macht ein Regisseur? Alles, alles macht der Regisseur und das ist das Tolle daran, dass man einfach seine ganze Energie in diese Geschichte stecken kann. Und ja, tolle Leute findet, die dann einem helfen, das dann noch zu erreichen, weil man nicht alleine alles wissen kann oder alles sehen kann, dann wäre das alles sehr eindimensional. Sondern, wie in der Arbeit mit Sascha, deswegen auch ist diese Freiheit wichtig, dass man sagt, so und so würde ich jetzt die Figur erstmal anlegen, versuch dich da jetzt reinzudenken, lass uns mal was ausprobieren und dann entdeckt man meistens was, was sehr spannend ist, an das man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Und das gilt für alle Departments. Für mich ist Kino Hypnose. So bei Trier, Lars von Trier passiert mir das immer wieder. Meine Frau sagt immer, du schläfst. Ich so, nein, ich bin ohnmächtig. So bei Melancholia ist mir sowas gegangen, also diese Planeteneinstellung und die Musik. Und Kino ist für mich Hypnose. Ich vergleiche das gern mit Hypnose. Ich bin dann, wenn ich vergesse, dass ich im Kino bin und dass es ein Film ist, dann ist es am besten. Für mich ist Kino auch ein Ort, der einem die Möglichkeit gibt, einmal ein anderes Leben auszuprobieren. Und je spezieller oder je extremer dieses Leben ist, desto spannender finde ich das meistens auch. Also je weiter das irgendwie von mir weg ist und dennoch irgendwie ganz nah. Und ich finde es toll, wenn man Teil einer Vision sein darf. Also wenn man das Gefühl hat, dass man die ganze Atmosphäre spürt, dass man in einem so gefangen ist. Und das Beste ist, was Kino schaffen sollte, ist, dass man eben aus diesem Saal rauskommt und die Welt ein ganz bisschen anders sieht. Zumindest für die nächsten Minuten, manchmal Tage. Das ist großartig.